Da hinten ist einer, und da ist einer. Ähm, die haben die Wolfen in der rechten Hand. Der schaut zu mir. Drehst du dich auch um? Ach, warum? Das ist... Also ich hab noch immer mehr Respekt vor den Ghoulen. Weil ich glaub, die kann man nicht verwirren. Oh, das kommt sicher noch irgendwas Großes, Böses. Was die anderen Riesen-Super-Ghoule waren, war sie auch nicht. Das waren einfach... das waren so... Teenage Mutant Ninja-Ghoule. Dann töten. Ähm... Okay... Bin ich mal da. Das kann man. Wird es in Zukunft auch möglich sein. Was da komisch ist, die reagieren ja auf mich. In der Welt von morgen wieder raus. Auschwärm. Aber das interessiert keinen. Wir wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst. Ja, ich weiß auch, dass ich mich irgendwo versteck. Warte. Die kriege ich noch. Oh, das ist wieder so ein Bubble Ball. Klingt grad wie so eine Frucht von One Piece. Jo, wabbel doch durch. Der Vampir hat einen von uns erwischt. Das war... Kommt der andere an. Das war... Klingt was? Wo ist der andere? Der steht da hinten. Schaut aber in meine Richtung. Das finde ich nicht so gut. Erst ehrlich, diese Profi-Soldaten sind ja nur noch Futter. Hallo! Und schlürf! Oh, ist wegknapp. So, kein Gegner mehr übrig. Die Kameras sind so super. Ähm, ganz kurz doch noch schauen. Oh, vergessen, dass da Kamera war. Ähm... In der Welt von morgen werden Sie niemals Lebenszeit verplempern. Wenn Sie abends zu Bett gehen, legen Sie sich in ein... Dank unserer Cryogen-Stasis kann man... Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob man Vampire wohl wie normale Menschen einfrieren konnte? Hatte man das mit Rose gemacht? Ich hoffte, dass ich noch rechtzeitig kam. Ich gehe immer sicher zur Höhe in Deckung. Lehne mich an. Ah... Kopfschmerzen in der Ecke liegen. Komm nach unten, Eric. Komm nach unten. Die anderen sind ganz nah. Du wabbelst ein wenig. Ich meine, ist nicht so, als ob ich jetzt sowieso nach unten kommen würde. Hm. Im Eingangsbereich des Fahrstuhls sah ich einen Computer. Vielleicht konnte ich damit ein paar Informationen sammeln. Uh, ein Safepoint. Ein Radio. Obwohl ich nicht so gut mit Computern umgehen konnte wie Rose, gelang es mir doch, ihn etwas zu entlocken. In den hinteren Räumen befanden sich mehrere Laboratorien. Ich befürchtete, dass sie Rose und die anderen dort hingebracht hatten. Was auch komisch ist, was hat der Typ vorher gemacht, beruflich oder so? Ich meine, hat der nichts gelernt? Einfach so, weil eben Erwachsenen, Schulbildung und so Geld verdienen? Kennst du? Wie war's, es war gerade ein wenig Verschwindung, aber... Bist du Soldat? Du bist Soldat. Ähm, also so. Ponsor-Soldat. Wir brauchen Verstärkung. Schnell! Schnell! Ähm. Okay. Jetzt wird die Lärchen entdecken. Und Alarm auslösen. Das wird jetzt vielleicht blöd. Willkommen bei Cryogenics. Wir freuen uns, dass sie sich für uns entschieden haben. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt wird's sponnend. Oh, ist mir jetzt sponnender. Dann gießen alle Öl. Nicht mehr! Sucht ihn! Los, zeig dich! Ih, wo ist denn gut? Ich hätte schon früher mit Beherrschung arbeiten sollen. Das macht das Ganze doch um Ecken einfacher. Um Ecken einfacher? Komm raus, kleiner Vampir! Ich finde übrigens sehr praktisch, oder auch sehr praktisch, dass die Cooldown-Phase pro Fähigkeit bestimmt ist. Das heißt, man kann dazwischen die Fähigkeiten switchen. Und das machen wir natürlich die ganze Zeit auch zum Nutzer. Wir haben meinen Mann verloren! Ähm... Gebt mir Deckung! Ich schnappe ihn! Verdammt, das war jetzt nicht gut. Und das war jetzt ein Kanan. Weil die Typen nämlich echt Storks sind. Also von vorne konsterniert angreifen. Das ist keine Chance. Ähm... Du bist zu gewappelt. Wo bist du? Hä? Wie wappelt denn der noch hier rum? Achso, das hieß, wenn er... Wenn er sich auflöst. Zeig dich, Bestie! Zeig dich! Jetzt könnte es besser laufen. Würde mich persönlich freuen. Zeig dich! Oben ist noch genug. Zwei Soldaten, die zwei. Blutkonserve. Da hinten Blutkonserve wahrscheinlich. Soldat. Und ganz hinten nochmal Blutkonserve. Zeig dich! Ich will da hinten hin. Wir wissen, dass du dich hier irgendwo... Ich hab ihn! Gib mir den Warnack! Gib mir den Warnack! Halte den Blutzauger raus! Das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Wisst du was? Das war jetzt blöd. So, Computer. Computer sagt auf. Obwohl ich nicht so gut mit Computern umgehen konnte. wie Rose gelang es mir doch, ihm etwas zu entlocken. In den hinteren Räumen befanden sich mehrere... Das kennen wir schon. Nur so kurze These. Ähm... Wir... Wir... Ich hab ihm vorhin... Ich hab ihm vorhin... Ein Wüstmaß an Sicherheit. Naja, wir haben darüber geredet. Was macht denn der Cryophaser? Was macht denn der beruflich? Und... Er kann nicht alles vergessen haben, sonst könnte er sich überhaupt nicht mit Computer auskennen. Sondern freuen Sie sich auf eine lebendige Zukunft. Und da haben wir gedacht... Jetzt dann eben die neue These. Ich glaub er hat selber da in Cryogenics gearbeitet und ist halt von einem Ghoul attackiert worden. Oder von irgendein Super-Obervampir, den die da gezüchtet haben. So... Jetzt funktioniert das wenigstens ab. Einfach mal so die Theorie. Das Dumme ist ein Soldat. Das Dumme ist eine Wache. Und da ist mir egal... Ich schau mich noch ein wenig um. Ich brauch noch ein bisschen einen Lageplan. Wo, wer, wo, was macht. Das da hat mit Beherrschung ja ganz gut funktioniert. Ähm, marschiert der anderen ja mit rüber. Und der Akkord die lauten Schritte gehört? Also wie gesagt, ich glaube, ich bin von einem Experiment von Chirogenix angefallen worden, das Ähnlichkeit mit einem Ghoul gehabt hat. Ich kann mich noch so dunkel an den ersten Flashback erinnern. Naja, und deswegen finden wir keinen Vampir, der so stark ist wie wir, oder der die notwendige Stärke hat, weil er einfach gezüchtet worden ist. Und jetzt wird er herkommen, ich werde ihn beherrschen, also kurz schlucken und hoffen, dass es niemand bemerkt. Obwohl, da trat sich jetzt in die Unterrichtung, dann könnte ich auch so... Wir drücken schon wieder A. Zum Glück schaut auch niemand runter. So, immer schön einen nach dem anderen weg snacken. Einen wieder mal verschwinden lassen, durch einen bezahlten Griff ins Milo. Das ist sicherheitsfallbar, da oben läuft jemand. Oh, da kann ich mich rüber teleportieren. So nette Ideen ja sind. Das muss man ja wirklich sagen. Aber sie sind natürlich wirklich unpraktisch. Wenn sie alle wenigstens relativ gleich schnell gehen würden, dann könnte man sie etwas daimern. Aber sie sind so zufallsbedingt... Naja... Wie gesagt, das Spült ist wenigstens... ...nicht leicht. Ähm... Okay, du bist eh der Typ. Dann werde ich jetzt gleich nachschleichen. Bevor wir ins erste Labor reingeben, möchte ich da erst rundherum die Gegner wegkommen. Quasi damit die ja wieder ohne Probleme flüchten können. Die Cam geht mir ziemlich schnell hin und her. Ähm... Du bist ja der letzte Gegner da anscheinend. Es ist ja nett. Es ist ja nett. Es ist ja nette Idee, dass er sich vorwarbt von Gegner, einen Backflip mocht, der ihn dann auslöscht. Ich versuche mal, ob ich da schon reingehen kann. Ja... Nee, ich muss zuerst woanders hin. Das muss ich dringend rausschneiden. Achso, ich muss erst unten rein. Okay. Ähm... Das werden ja immer mehr Gegner da hinten. Das war knapp. Wahrscheinlich komme ich hier dann nicht mehr raus. Oder ich müsste mich rausworten. Da ist sonst nichts, aber viele Verstecke. Okay. Ähm... Was sollte denn das jetzt? Entschuldigung, bin da jetzt kurz rausgedappt, weil original so ein verdammtes iTunes-Update kommen ist. Die Tür war verschlossen. Hier kam ich nicht weiter. In den Plänen auf dem Computer hatte ich das Büro des Abteilungsleiters auf der anderen Seite des Atriums gesehen. Vielleicht konnte ich dort etwas finden, das mir weiter half. Schau mal, wie viele Gegner da hinten sind. Und die stehen nur rum. Ist da irgendjemand neu gekommen? Nein.